Thomas, jetzt gehen wir zu den Eröffnungstutorials. Jetzt bin ich gespannt, denn es ist ja ein Eröffnungslexikon, aber hier werden grundsätzlich so gezeigt, wie man alle Systeme, die es gibt, spielt? Das sind die Basisinformationen zu den Eröffnungen. Also das ist hauptsächlich für die Schachspieler gedacht, die halt jetzt noch nicht so spezialisiert in so einer Eröffnung, die manche Eröffnungen vielleicht noch gar nicht kennen. Also wenn man jetzt in die offenen Spielereien geht, sieht man die einzelnen Unterabschnitte. Und jetzt zum Beispiel Evans Gambit, habe ich noch nie gehört vielleicht, wenn ich gerade mit Schach angefangen habe, dann klicke ich hier ran. Und dann habe ich halt hier die Basis, die Ausgangsposition vom Evans Gambit und auch historische Informationen dazu. Also wann ist die Eröffnung entstanden, wer hat sie zuerst gespielt, 1820er Jahre und so weiter. Ach, das war ein Seekapitän, sehe ich gerade. Tja, siehste, wieder was gelernt. Und das dann halt zu allen Bereichen. Also hier zum Beispiel zu Schottisch, da hatte Kasparow dann Neuerungen gebracht und wird dann allgemein was zu Schottisch gesagt oder zur Spanisch Steinitz-Verteidigung. Was ist das denn eigentlich? Das Übliche. Und dann steht auch hier erste Weltmeister Wilhelm Steinitz und so weiter. Also auch immer so ein bisschen historischen Aspekt. Und ich sehe noch links, ganz, ganz unten bei jedem Artikel. Was hat es damit auf sich? Genau, wenn man sich jetzt hier einfach mal reingelesen hat und gesagt hat, oh, das ist ja vielleicht was für mich, die Steinitz-Verteidigung vom Spanier, dann bieten wir halt die spezialisierten Artikel aus dem Bereich Ideen für ihr Repertoire. Ja, die sind dann hier mit verlinkt. Wenn wir jetzt hier draufklicken, würden wir hier jetzt einen Artikel kriegen, der sich speziell mit so einem Steinitz-Aufbau mit G6 beschäftigt, Teil 2. Also das geht dann sehr ins Detail von Mihal Marien. Es ist alles miteinander verwebt, glücklicherweise. Genau, alles ist durch Links verwebt. Und hier hat man dann ja auch wieder die Partielinks, in die man auch noch hineingehen kann. Klasse. Ja.